Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So. Hast du das g'senkt? Hüttelena. Typisch. Du dürft das Auto nicht mehr aus den Augen lassen. Einer muss immer schauen. Wir müssen uns abwechseln beim Badl. Einer muss immer schauen. Ja, einer muss immer schauen. Das ist, bleiben wir gleich da. Von daher sieht man das Auto sehr gut. Nein, du, das können wir der Frau Endes nicht antun heut am letzten Tag. Da müssen wir ihn schon noch mal rüberlegen. Die ist uns tot beleidigt. Hallo. Hallo. Da steht Ihr Klo immer noch nicht, Herr Dr. Wilms. Es ist unbeschreiblich. Am Donnerstagvormittag nach dem Frühstück so gegen zehn kommt nur noch so ein dünner Rindstrahl. Ich drücke und drücke. Nichts. Kein Wasser. Ich hab da die Sache mit dem Eimer Wasser bereinigt. Am Abend war das endgültig finito. Alles stimmt. Schauen Sie bitte auf, Giancarlo. Heute ist bereits Sonnabend, da beim ganzen Hotel Parabinsus anscheinend niemand in der Lage eine Toilette zu reparieren. Ihr Italiener seid, weiß Gott, ganz schöne Mieten. Ich weiß nicht, was die Deutschen essen. Vielleicht liegt daran. Auf jeden Fall zu viel für Italienisch Klo. Hier. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ich werde mal ein Espresso hin. Heinz Rüdiger, noch nicht ins Wasser. Heinz Rüdiger, da geh her. Heinz Rüdiger, noch nicht ins Wasser, erst eincremen. Noch nicht ins Wasser, da geh her. Nein, erst jetzt eingecremt. Heinz Rüdiger, da geh her. Erst jetzt eingecremt. Jetzt eingecremt. Jetzt eingecremt. Jetzt eingecremt, aber nicht fast. Jetzt eingecremt. Jetzt eingecremt.